Diese Woche wird uns antriggern, in die Vereinigung und Begegnungen im Miteinander hineinzulaufen. Vor allem der Goldene Oktober wird visionär und sehr kreativ werden, um gemeinsam den Samen der Liebe auszutauschen und zu verfestigen. Nicht nur einzupflanzen, sondern ihn in den goldenen Wachstum des Miteinanders in dieser glorreichen Begegnung der Seelenpartnerschaften zu bringen. Und das ist die Botschaft für jetzt und für den goldenen Oktober, der natürlich dann auch weiterhin in dieser Magierkraft verläuft. Visionär, kreativ, aktiv sein, klar und deutlich im Miteinander. Claire Ja.